Das ist die Sau, Alter. Ich hatte einen schwarzen Bildschirm, es war kein blauer Bildschirm, das ist schon mal was Gutes. Quatsch, komm. Boah. Lalalalala. Haha, irgendwie so blöd durch Türen zu laufen heute. Ich bin mir an den Türrahmen hängen. Oh, bei mir leckt mir gerade einer rum. Wenn du mich auch heilen könntest. Halt nicht. Was? Frankfurt City Girl hat mich mit einer MR-96 Revolver getötet. Warum auch immer, nachdem ich ein ganzes Magazin verpasst habe. Das gibt's gar nicht. Sieben. Das gibt's doch nicht. Ja, in der DKD gibt's nicht. Was? Was ist mit meiner Karte? Die ist viel zu gut. Lass mich so gut sein, wie ich will. Cheater! Oh, jetzt heilt mich doch mal. Das ist ohne Schmarrn, das ist das Gras. Wer hat das Gras weggeraucht? Der Omni. Oh, Mann. Ne, das passt nicht so gut. Ne. Hier spricht die MS-Niveau. Wir sinken. Ja, genau. Glaub, da hinten sitzt einer, ja. Stirb jetzt. Das denk ich mir auch gerade. Der hat ne Granate geworfen. Ich. Ach, warum ich dann die Meldung bekomme? Spam in the face. Ich will auch mal wieder ein. Und da steht der nächste. Und da steht noch einer. Und da steht noch einer. Nein, ich hab nichts mit der Waffe. Das war immer fast kein Leben mehr. Das ist sicherheitslassen rechts. Spam in the face. Da habt ihr nicht mit gerechnet, ha. Bitches. Du musst mich doch mal hier Leichen tündern. Yeah, und der zählt wieder ne ganze Wagenladung Munition mit der fetten. Geil. Ich find deine Kanäle doch lustig. Was denn? Ach, witz. Aua. Ich hab nicht das MG. Das hat der rechts neben mir. Oho. Oho. Jetzt sind sie sauer. Ich merk's. Aber irgendwie auf mir und nicht auf dir. Alter, jetzt sind sie richtig sterbssauer. Steck mal lieber unseren Rücken. Nur so. Ach, ich wusste es. Nein, nicht wieder das Frankfurt City Girl. Warum ist meine KT so unrealistisch? Ich weiß nicht. Boah. Ich bin tot. Komme. Was, du bist tot. Nein. Du darfst nicht tot sein. Du darfst nicht tot sein. Was? Nein. Also dieses Frankfurt City Girl hasst mich. Oder es liegt nicht. Ich hab sie umgenietet, die Sau. Von hinten? Ne, von vorne. Ja gut, geht auch. Boah. Direkt von vorne in ihr Scheiß-Kack-Gesicht. Oho. Jetzt. Den nächsten vergleif ich mir jetzt. Was ist hinter uns? Ich weiß. Voll reingelehnts, mein Freund. Das war das Frankfurt City Girl. Nein. Nein, das war One White Wolf. Oh, schade. Hab ich den nicht gemessen? Die Messerkill bekommen? Schade. Das war was anderes? Das ist das City Girl. Das kann nicht wahr sein. Jedes Mal. Jetzt ist sie tot. Jedes Mal. Die ist übelst gut. Oder es. Tita. Es. Tita. Scheiße, ey. Jedes Mal. Jedes Mal. Er streckt nämlich wieder scheiß Pistole nieder. Waaah. Hinter uns. Hinter uns. Hinter uns. Was geht denn da schon wieder ab? Keine Ahnung. Vielfalt ist glaube ich da kein Streak beendet worden. Du bist nicht mehr komplett overpowered. Nicht mehr? Nein. Oh Mann. Es werden hier zu viele. Boah, das gibt's nicht. Nein, du messerst mich. Doch. Verdammt. Das Frankfurter Girl, das hab ich schon so zugesetzt. Der. Ja, ist tot. Was hat mir zugesetzt? Passt schon. Na gut. Irgendwie ahne ich, dass gleich was von hinten kommt. Oh shit. Nicht sicher mal lieber wieder unseren Rücken. Boah. Viele grunde, grüne Pfeile. Boah. Hinter uns. Hinter uns. In dem Raum, hinter mir, kamen Schüsse her. Ja, da. Da kommen noch viele mehr. Da sind mehrere. Ja, deswegen schieße ich auch von hier. Waaah. Wuuu. Komm zu dir. Danke. Ja. Warte geht's. Ah, die haben wir doch ganz schön ausradiert hier gerade. Oh nein, ritt die Kelle vor. Ich hab ne Flashbang geworfen. Wenn's ist, muss die Knarre raus. Äh, und bitte mich heilen. Ich heil schon alles um mich rum. Scheiße. Ja, frisst meine Granaten, ihr Schweine. Medic. Mond OP. Nee. Oh, hinter uns. Das Granaten-Massaker ging los. Und ich hab die dicke Wumme wieder. Oh ja, und ich hab kein Leben mehr. Aber halt wirklich gar kein. Zweideutig, ja? Uh, endlich wieder leben. So ein bisschen. Hier rennen wir noch welche rum. Oh ja, da. Draußen war noch einer. Ah. Was sitzt einer hinter dem scheiß Busch? Ist doch kein Problem, der hinter dem Busch ist auch gleich tot. Der ist tot, der ist umgefallen. Boah, hast du noch bisschen Leih für mich? Das wär nicht schlecht. Ähm, ganz weniges. Und vor. Müsst du eigentlich genug Paschen rumliegen, ja? Ich kann auch mal da welches gebrauchen. Boah. Unter uns. Vor uns! Ah, fuck. Jetzt haben die... Hahahaha! Scheiss! Nice! So langsam werd ich besser als solche Spielen. Nice! Was zur Hölle? Ja, ich hab den letzten Kill gemacht! Hey, Schatz! See no evil, hear no evil! Siehste, wir haben gewonnen. Oh, aber eindeutig! Und ich fand es zwei Feste! Siehste, das wird doch langsam. Na ja, gut, aber jetzt ruf die Uni! Ja, mach das! Ich hab überhaupt keine Lust. Ich hasse Statistik! Statistisch gesehen ist es sehr wahrscheinlich, dass du immer gewinnst. Nein. Tschüss! 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 Tschüss!